Ich hab Sanitar erschossen, ich hab Sanitar erschossen oder was? Ne, gibt's ja gar nicht. Doch! Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Selster Survivor hier und heute kann man eigentlich den Raid unter dem Motto Unverhofft kommt oft verbuchen. Denn wie oft ist man auf der Suche nach Sanitar, rennt über die halbe Map oder die ganze Map, naja, muss man ja nicht, aber ihr wisst was ich meine und findet diesen Typen nicht. Und jetzt durch Zufall, also ich hab überhaupt nicht wirklich damit gerechnet ihn zu treffen und hab ihn dann auch umgelegt. Hätte es gar nicht gemerkt, wenn die Quest unten nicht mir das angezeigt hätte, dass er Sanitar war. Ja, Klaus hatte da weniger Glück. Ich glaube er hat mittlerweile auch aufgegeben. Gut, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und lasst mir gerne ein Abo oder ein Liken, da würde ich mich riesig freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Senstas. Tschüssi. Die, die sprach ich mir von vornherein, hab ich gesagt. Wollen wir, äh, Dings? Pier? Klaus? Ja, ja, ich folge. Wenn wir Glück haben, können wir dort einen umlegen. Wir müssen auch nach Sanitar, wir beide, oder? Ja, ja. Dann können wir dann gleich vom Pier aus Richtung Villa latschen. Vielleicht haben wir ja Glück und Sanitar aus am Pier. Na ja. Matze, ich würde mal hier bleiben wollen, hier oben. Ich höre, drinnen Steps. Ja. Danke, Mars, danke. Hideout hast du komplett ausgebaut. Okay, Skeps. Er erzählt viel, wenn er da klang ist, hier unten. Ich habe glaube ich einen noch drin gehört. Kommst du gelaufen? Ja, ich komme. Ich bleibe aber hier unten vor. Okay. So, äh, Richtung, äh, Wasserseite. Ich gucke nochmal schnell hin da. Keiner da. Oh, bin er, oder? Ja. Grüß dich, Enrico. Schönen guten Abend. Ich mag das ja gar nicht im Mund nehmen, dieses, das ist, das ist still hier. Ja, ich, ich habe es mir extra verkniffen, Klaus. Echt? Ja, ja. Ich wollte es gerade sagen, ich habe noch keinen Schuss gehört, außer unseren. Na, Cola ausgeben, wie ich gelesen habe. Wie meinst du das, Werner? Oder meinst du hier wegen den Neureichen im Chat, die alle mit der Kohle nur um sich werfen können? Ey, letzten, letzten, letzten Weib habe ich geprotzt. Da habt ihr mich alle beneidet um meine... Stopp, step, 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 das ist vor uns. Das ist ein Skeff. Ja. Da habt ihr mich alle beneidet um meine 55 Minuten. Gönn dir den. Ich gönne mir den Sniper-Skeff da oben. Okay. Da ist sogar noch ein zweiter da oben. Gönn dir, Klaus. Gönn dir. Gönn dir. Gönn dir. Gönn dir. Er hat sich hingelegt. Kein Problem, Werner, kein Problem. Ich konnte es mir dann schon so fast denken. Ich finde es gut. Quatscht euch auch untereinander. Das gefällt mir. Die Community soll zusammenwachsen. Ich müsste eigentlich auch mal ein Discord mal ein bisschen einrichten, dass wir irgendwie mehr Channels haben, dass ihr euch auch auf dem Discord-Server dann treffen könnt, wenn ich nicht streamen oder so. Minus. Ein Spieler? Keine Ahnung. Ich habe nur einen Kopf gesehen. Wo war der? Beim zweiten Haus, also das Haus rechts von hier, wo du den Schlüssel für brauchst. Klaus, du Wahnsinniger. Das war ja ein 100 Meter Schuss. Ja. Den anderen Skeff sehe ich jetzt auch. Ich schieße nochmal, also nicht erstreckt. Ja. Ja, er kann doch stehen. Okay, ich schieße nicht. Alles gut. Auf mich schieße. Ich habe Sanitar erschossen. Ich habe Sanitar erschossen oder was? Ne, gibt es da gar nicht. Doch. Okay. Also es kam gerade irgendwie. Wo war der? Der hockte hier draußen. Also das muss Sanitar gewesen sein. Da ging eine Quest. Ich habe es nicht ganz kapiert. Gold Leaks Part 3 oder irgendwas. Also irgendwas von der alten. Und da spürt aber drin. Du darfst Sanitar nicht töten oder sowas. Alter, geil. Wo hast du denn erschossen? Hier vorne oder? Hier? Ach ja klar, da ist er doch. Oh, da schlurft noch was. Minus. Sehr schön, sehr schön. Ich bin aber auch Minus. Nein. Da hockt noch ein zweiter Guard. Oh nee, Klaus. Ja. Oh geil. Ich habe irgendeine Keykarte gefunden. Oh nein. Was liegt denn hier alles auf dem Haufen, Alter? Klaus, bist du das? Kann sein. Hast du denn gekillt den Guard? Ja. Naja, gut. Wäre lieb, wenn du nur meine Knarre wegschmeißt die irgendwo hin. Soll ich sie nur noch rausbringen? Nee, nee, ich schmeiße sie weg. Okay. Platz hätte ich, Klaus. Nee, nee, lass mal. Oh, ich habe mein Magazin schon wieder verloren. Oh, gut. Nein. Das dauert nicht lange bei dir. Aber ich glaube, mit der letzten Patrone habe ich dem noch einen Rest gegeben. Oh, der hat eine Gesell an. Komplett runtergeschossen. Ja, da haben sie mit dir runtergeschossen. Aber ich bräuchte die eigentlich. Ich muss erst mal deine Knarre in Sicherheit bringen. Oh, hier schießt alle auf mich. Schmeiß mal eine Knarre hier in Sicherheit. Die blöde Ketter will ich eigentlich auch nicht mitnehmen. Ich will die Gesell. Ich will die Gesell. Ich will die Gesell. Ich will die Gesell. Ich habe ihn glaube ich doch nicht mit einer Granate zerrissen, oder? Ich habe es schon gelesen, Sven. Es muss ein Spieler gewesen sein, ich glaube, wenn es ein Guard gewesen wäre, hätte er bestimmt irgendwas von Granate gefaselt. Dann kannst du ihn annehmen und dann kannst du ihn mit dem Maus raten. Dann nimmst du die Hand nach oben und nach unten. Ich wollte ja mal gucken bei der Quest. Töte mit Granate. Oh doch, ich habe einen mit der Granate umgebracht. Leck mich am Arsch. Zählt das eigentlich auch? Für... Was war denn das? Oh ja, Eliminierer. Ich habe einen PMC erschossen. Und ich schmeiße noch Granaten raus, ich Idiot. Ja, der Granaten zählt ja auch als erschießen. Eui, 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 eui. Ich komme jetzt hier in Schwulitäten, Mann. Der hat eine Defender. Boah, ich bin überladen, Alter. Wo hat es den zerrissen? Oh, hier vorne. Oh, wie langsam ich bin. Das ist ein Skeff. Was? Mann. Er wollte nicht sterben. Na, heb es doch nur auf. Exit Camber, boom, alles weg. Dave malt noch den Teufel an die Wand. Und man nennt ihn auch den Tod auf leisen Sollen. Der Tod auf. Oh, das ist ein Skeff. Ach nee, das ist von Klaus, was ich da höre. Ich dachte, ein Skeff hat gekrummelt. Ich höre irgendwas im Hintergrund über Stimmen. Aber ist okay. Also seine Granade war schon mal scheiße geworfen. Er kommt. Das war doch ein Skeff. Wo ist mein Rucksack? Ach hier. Ich hab Schiss. Ach, da liegt er. Den hab ich weggebombt. Schnell, du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. Oh. Ich bin in Sicherheit. Ganz sauber. Oh. Wie lange da hat es Klaus erwischt man. Aber da kann 12.000 XP fast. Wahnsinn. Bis zum nächsten Mal.